Yo Leute, was geht ab? Vielleicht werden sich einige von euch daran erinnern, wie ich geprankt wurde. Dennis hat mich mies geprankt gehabt. Und das Video davon könnt ihr ruhig abchecken. Ich werde den Link unten in die Infobox reinstellen. Ich hatte angekündigt, dass ich mich rächen werde. Und FaxenTV rächt sich bekanntlicherweise sehr sehr hart. Und da unser Freund Dennis seine Playstation über alles liebt. Hier, die Playstation über alles liebt. Und jetzt werden wir ihn heute einen kleinen Streit spielen. Dazu wird seine Schwester, die liebe Astel, uns behilflich sein. Bist du aufgeregt? Ja, total. Und erzähl mal ein bisschen, du hast ja schon angefangen, so einen Streit. Ja, also ich bin voll aufgeregt. Seit einer Woche eskaliert sich das schon, weil ich die ganze Zeit den Droh damit, das kaputt zu machen. Und ich weiß nicht, was heute passieren wird. Und wir werden das Ganze beobachten mit einer Live-Übertragung. Und wir lassen uns überraschen. Falls es eskalieren sollte, werden wir direkt... Eingreifen. Eingreifen und... Ja, tut mir leid Dennis, aber du musst heute dran glauben. Okay, bis gleich. Peace. So Freunde, die Kameras sind aufgestellt. Kamera Nummer eins. Sollte man eigentlich nicht bemerken. Und Kamera Nummer zwei. Mit Schleichwerbung. Und... Es geht los. Dennis, wir warten auf dich. Dennis? Ja? Und warte. Guck mal, wie das aussieht, ne? Ja. Ich hab gestern erst noch geputzt, Dennis. Ich mach das. Ich bin ja unter andern. Auf Bane. Du machst das? Genau dasselbe wie mit Auto, ne? Ich mach das, ich mach das. Alter, ich geh arbeiten. Ich kann auch nicht mehr, ne? Ich rede mit dir. Lass, ich komm doch! Lass, ich komm doch! Julio! Ja, deine Pläsi kotzt mich voll an. Die ganze Zeit hier. Ich muss die ganze Scheiße sauber machen. Was soll ich mit der Pläsi machen? Schmeiß die doch weg! Geri Sekale. Nere soll ich die wegschmeißen? Bist du behindert? Ja. Schmeiß weg. Die kostet 400 Euro. Wenn du... Kaufe, dann mach ich das. 400 Euro. Dann ist die Scheiße weg. Ja, mach doch. Geri Sekale. Geri Sekale, ja. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Dann nimm die Kacke hier weg. Die regt mich auf. Dann hab ich. Wenn ich die Kacke so wegnehmen. Wenn ich die Kacke so wegnehmen. Was soll ich wegnehmen? Was willst du jetzt? Was willst du jetzt? Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Die muss auf den Tisch liegen. Aber du kannst die mal sauber machen ab und zu. Du kannst mal was machen. Guck mal. Wir sind die Kacke. Guck mal wie das aussieht hier. Die ganze Zeit muss ich die Scheiße nicht machen. Komm, ich zeig dir mal Bilder vom Playstation-Video aussehen. Da soll kein Wasser oder so sein. Das ist das Schnellende. Da soll kein Wasser fahren. Da soll kein Wasser fahren. Mann, sag dann, wie das aussieht. Was ist das? Kann man das machen, oder? Ja, Osman, wo geht das? Ja, Osman, wo geht das jetzt ganz normal Playstation? Ja, wo geht das? Ich will das nicht. Ja, Osman. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! He? Nur du, jetzt? Was willst du jetzt machen? Anne, schau. Was willst du jetzt machen? Ich hab keinen Bock mehr auf das scheiß Playstation. Was? Wegen dir bin ich richtig gestört geworden, wenn Playstation kürzt mich an! Schau. Schau. Geh die zekale Kizze. Ich bin nicht, Bischö. Dennis, guck dich selber an. Anne! Neh, ne geh, ne geh, ne geh, ne geh! Maja? Ja? Das muss ich machen, Alter! Ey, was soll das denn? Ey, was soll das denn? Scheiße. Scheiße! Scheiße! Das war eine andere Böhne. Ey, ich will nichts sagen. Ey, was soll ich... Hans! Ach, krass! Ey, wo kommst du denn der? Ey, warte, du brauchst du ja? Hast du das nicht im Garten? Ey, warte, warst du ja nicht? Ey, mein Vater! Du darfst so auszulieren, ne! Aber du, du musst doch passieren, ne? Guck mal so hoch. Guck mal so hoch! Vater, damit hast du richtig krass geprankt. Sag mal bitte. Ey! Wie war das? Wie war das? Leute, falls euch die Rache-Aktion gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ihr werdet uns wirklich damit einen riesen Gefallen tun. Verbreitet das Video, zeigt das Video euren Eltern, euren Freunden, die vor allem so süchtig sind. Und ihre Playstation oder ihre Konsole lieben. Ich hab gar nicht... Und ja, folgt uns auf unseren sozialen Netzwerken, könnt ihr hier alle sehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Peace!